Da! Gegi! Probier's jetzt nochmal! Hey, das ist doch so ne Art... Aha, doch! Hey, ist das so ne Art Video? Viel besser! Es scheint ne Simulation zu sein, in der du die Kontrolle über den Fuchs hast. Äh, ist hier Schluss? Ich komm ja irgendwie nicht weiter. Äh, kann man da nicht drüber schweben oder so? Herzlich Willkommen, das ist die Schwerkraft. Gegis, die gibt's da unten ständig. Hö hö, Schlauberger! Aber, du kannst dir etwas entgegensetzen. Läuft! Shit! Kann ich der Schwerkraft noch mehr entgegenwirken? He, da musst du schneller sein! Versuch mal zu rennen und dann zu springen! Ja, genau so... fast! Äh, KIA? Baum? Äh, KIA? Baum? Äh, KIA? Baum? Auf die Knie mit dir! Als wär ich da noch nicht mein ganzes Leben lang! Optimal! Wenn ich mir das so ansiehe, bleiben wir doch besser im Weltraum! Keine Chance! Ja, okay! Vielleicht sollte ich mich nochmal zum Schwerkrafttraining anmelden! Bin dabei! Ey, das ist Wasser! Es muss, äh, so eine Art See sein? Ding, 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 ding! 100 Punkte! Du weißt ja, dass ich nicht... Das ist früher der blaue Planet! Ja, ist schwer zu glauben, wenn man ihn jetzt sieht! Wie ist alles? Eine clinische Leitung! Das ist alles für Ehren! Was ist das eine Frage, Treffen? Ich bin auch sehr! Ich bin jetzt einfach ein Technikator mit Einfaches Beispiel! Bist du zu noch, was packen! Ich bin jetzt ganz schön! Ich glaube ja, dass dir das Wasser gefällt. Aber du solltest eher drüber hinweg. Ja. Drüber hinweg. Ja doch. Drüber hinweg. Neue必ösen. Räum. 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 Ja, meinst du, es gibt noch Füchse auf der Erde? Schwer zu sagen. Sie scheinen ja ziemlich anfassungsfähig zu sein. Vielleicht sind es jetzt ja Mutanten-Monster-Füchse. Schau mal, ein Fluginsekt. Es ist wunderschön. Friss es. Kia, ich bitte dich. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Ja, ich bitte dich. Boah, ich könnte echt den ganzen Tag durch den Ball drin. Dieser ganze Raum hier. Diese ganze Freiheit? Ich sagte ja, es würde dir gefallen. Ich bin ein Fuchs. Und wie ich weiß, es würde dir gehen, wenn ich nicht. Ich bin ein Fuchs. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Spinnst du? Ich will gleich im ersten Landungsteam dabei sein, was da runter geht. Ja, wenn sie mich nehmen würden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht solltest du jetzt mal selbst spielen, ist nämlich echt schwer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020